7 zu 0 – VfL Wolfsburg steuert auf CL-Gruppenphase zu Mit einem Kantersieg in Entwicklung-Gruppenphase, die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg können jene Planungen für jene neue Champions-League-Saison charakteristisch intensivieren. Das Team von Trainer Tommy Stroh setzte sich in dem Playoff-Hinspiel mit 7 zu 0, 4 zu 0, unter der ACF Fiorentina durch. Pop erzielt Dreierpark. Jachthafen Hegering brachte jene Wölfinnen, jene in der vergangenen Saison erwartungswidrig jene Gruppenphase verpasst hatten, frühzeitig mit zwei Kopfballtreffern in Führung, 6. – 24. Die Tänin Alexandra Popp mit einem Dreierpark, 38., 53., 56., Jule Brandt, 44., und Vivien Endemann, 83., gestalteten dasjenige atomares Ereignis noch deutlicher. Im Revanche an dem kommenden Mittwoch wird Stroth, dessen Team früher in dieser Saison bisher noch nicht auf der ganzen Linie Linientreu hatte, nicht viel mehr beben müssen. September, findet jene Lotterie der Gruppenphase mit 16 Klubs statt. Zwei Tage später, an dem 27. Polier Bayern München ist gesetzt, Eintracht Frankfurt scheiterte bereits in dem Semifinale des Erstrunden-Qualifikations-Turniers. Das Entscheidungsspiel der Königsklasse ist für Abbruch Mai des kommenden Jahres in Lissabon geplant. In der nächsten Saison wird jene Champions League in ähnlicher Art und Weise als unter den Männern reformiert. Wieder erleben an jener Enttäuschung in dem letzten Jahr. Dann treten 18 Mannschaften in einer Liga-Phase an. Im vergangenen Jahr war Wolfsburg in den Playoffs erwartungswidrig an Paris FC gescheitert, dasjenige soll sich nicht wiederholen. Wir werden alles investieren, weil an dem Abbruch den Heros von dem Sportplatz zu gehen, sagte Stroth. Dessen Team in dieser Saison bisher noch nicht auf der ganzen Linie überzeugte, wir wissen, als von großer Tragweite das Turnier ist und im weiteren Fortgang können wir unbedingt am Werk sein. Und jene Vorfreude ist riesengroß. Sagte Stürmerin Vivian Endemann vor dem Betreten der Bühne in dem Stadio Corva Fiesole in Florenz, wir wissen aber auch, als mächtig selbige Spiele sind. Wir werden alles besorgen müssen, es wird kein einfaches Spiel, wird heiß hergehen. Die Abstimmung fällt in diesem Fall nächste Woche in dem Revanche gegen jene ItalienerInnen in Wolfsburg.